Hallo ihr Lieben und ein herzliches Grüß Gott aus München. Mein Name ist Kathi Hucke und ich möchte euch heute etwas verraten, denn hier bei Modefriseur Pol Private Hair Lounge werden nicht nur die Haare abgeschnitten, sondern wie man hier so schön sagt auch die Haare drangeschnitten, was für unsere Kunden hier immer ein ganz besonderes Erlebnis ist. Dank Hairdreams als Partner greifen wir auf ein großartiges Portfolio von den besten und natürlichsten Haarverlängerungs- und Haarverdichtungssystemen zurück, um die Haarträume unserer Kunden wahrwerten zu lassen. Na, neugierig geworden? Dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben! Vorbereitungssystemen